Guten Morgen Leute, bevor ihr jetzt dieses Intro überspringt, weil ich kenne euch, ihr müsst mir kurz zuhören, kommt mit. Heute mal mit Cap, ich melde mich heute sogar etwas später, wir haben 4.24 Uhr, herzlich willkommen nach einem Monat zu einem neuen Video. Bitte, ihr müsst mir jetzt wirklich zuhören. Ich habe ein YouTube-Video für euch gedreht, in unserer alten WG. Okay, ich darf das Video nicht benutzen. Also ich darf das Video nicht posten. Und ich werde euch nicht sagen, warum, weil ich euch das nicht sagen kann. Egal, wir tun einfach so, als ob ich jetzt neu in die WG gezogen bin. Warte. Jetzt brauche ich aber so einen Koffer. Ausmaß habe ich jetzt hier so meine Tappen. Oh mein Gott, unsere Tacos kommen. Oh mein Gott. Mein Name ist übrigens Dim. Der dicke Dim. Ding, wenn man Slava sucht. Emi, hast du eigentlich auch Socken von mir? Kann das sein, dass du mich einfach da in der Hinsicht ein bisschen verarscht? Nein. Spaß. Okay, also Leute. Was ich euch sagen wollte, ist, ich weiß nicht, ob Vlogs cool sind, aber wir machen es einfach gemeinsam, okay? Hallo, hier ist Emi aus der Zukunft. Nee, Vergangenheit. Nee, Zukunft, oder? Ich wollte euch kurz meine Familie zeigen. Ich bin adoptiert. Der Vlog wird cool. Ich zeige euch mein Zimmer. Also ich schlafe im Wohnzimmer. Weil, nee. Weil, ähm, ich bin das Opfer in der WG. Kommentiert bitte alle, Emi, du bist der Tollste in der WG. Das meine ich ernst. Sonst höre ich auf mit YouTube. Ich meine das voll wirklich ernst. Bitte kommentiert. Wir waren, habe ich euch erzählt, wir waren letztes Mal in den Trends auf Platz 1 für ein oder zwei Tage auf Platz 1. Wir können das wieder schaffen. Was war das jetzt? Ähm, das ist mein Bett. Hier ist so eine Puppe. Ich will euch die jetzt mal wirklich zeigen. Mach richtig. du musst wo ist dein mittelfinger macht mich nicht aggressiv leute leute ich rede mit einer puppe ich brauche professionelle hilfe ich mach keinen spaß warum ist meine hand so schief und warum bist du größer als ich warum rede ich mit einer puppe warum rede ich mit einer puppe die puppe hat einfach kein mittelfinger guck mal ich wollte dich nicht mehr touchen seht ihr den mittelfinger genau maria ich liebe dich leute das ist jetzt wirklich eine ernste frage soll ich mir hilfe holen ich rede mit einer puppe das war schon mehr brauche ich gar nicht sagen ich rede mit einer puppe so leute ich bin jetzt übrigens bei diana und jenny zu hause wie geht es gut so schlimm aus nein du siehst toll aus maxine ist auch da mach ein dance so leute wir machen jetzt gemeinsam ein glückskex aus jetzt kommen diana und maxine und wir werden aber könnt die musik ausmachen alexa aus also bei mir steht sie handeln sehr klug machen wir machen das gleiche dann schickst du halt bald etwas für dich macht einfach irgendwas lustiges das ist ich sitze was gesagt was lustiges machen ich bin jetzt auch ja also ne er hallo du hast gesagt was lustiges das ist nicht lustig doch das ist total geil oh mein gott ist auch den kuss wow und wir jetzt auch du guckst du als es richtig geil finden so mein gott du hast mich geleckt ich hatte auch mal jenny geleckt ja nummer eins wir probieren mir tut nichts aber das hast du schon gegessen oder nicht ne hab ich wirklich nicht wirklich oh die riechen das ich mag die nicht so es riecht wie paydoh okay und schaut euch das mal an es war geil oder wo sind die bohnen boah hast du die nicht hier oh wo denn emil go bitch go bitch go bestie hä saftige birne oder pope leute 1 es schmeckt metallisch wenn es pope ist 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 5 Warum schmecke ich nichts? Weil du schon ein Hund bist. OOOOOOOOOOOH! Okay. Ess mal. Is. Is. Ne. Kauen. Und sag nach was es schmeckt. Mir schmeckt nichts. Ne, dann hast du nur kaputte. Das Video ist komplett. Oh, folgt mich auf Instagram. Hashtag beautylisha. Hashtag 24tim. So liebe Leute, wir sind dem Ende gekommen. Wir haben 4 Uhr 35. Ja, ich habe Ich möchte jetzt schlafen gehen Gebt dem Video einen Daumen nach oben Kommentiert Dönerbox Und Abonniert meinen Kanal Und folgt mir auf Insta30 Emirbyr Und dann würde ich sagen, eine gute Nacht Und ich bin geistig nicht mehr da